Intensive Lockencreme. Ideal für welliges bis lockiges Haar. Diese Spülung funktioniert ohne Ausspülen. Sie verleiht Ihren Locken Struktur, Definition und Pflege und beseitigt gleichzeitig Kräuselung. Ohne klebrige Rückstände zu hinterlassen, macht sie Ihre Haare weich und geschmeidig. Verreiben Sie eine kleine Menge zwischen Ihren Handflächen und arbeiten Sie sich durch Ihre Haare. Das Haar wie gewohnt frisieren oder Luft trocknen lassen. Die intensive Lockencreme kann außerdem tagsüber sanft in das trockene Haar eingearbeitet werden, um den Locken einen frischen Look zu geben und Kräuselung in den Griff zu bekommen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017